Hey tschau miteinander, willkommen zurück bei einer neuen Part It Takes Two. Willkommen Damen und Herren, wir sehen uns schon, wir sind hier wieder in It Takes Two. Wir sind hier im Baumhaus, in dem wir jetzt angekommen. Muss man hier einen Weg zueinander finden, oder was? Ähm, genau, ich muss das Ding hier drehen. Oh, warte, ich muss ein bisschen mehr auf das schiessen. Ja, das haben wir ja beim letzten Mal schon mal angeteilt. Wow, das ist jetzt nur eine weite Chance. Äh, nein, warte, du musst das hier anschiessen. Ja, dann fahre ich da, genau. Watsch, was für Eifel, ja. Boom, das sieht eben so schön aus. Ja, voll, das ist so erheblich. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben, genau. Genau, wir sind ja jetzt mitten in einem Konflikt zweier Partei, da sind wir da reingeraten. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja der Biber und der Wespe, oder? Der Biber. Das sind Eichhörnchen. Das sind Eichhörnchen, Kollege. Ja, aber das Eichhörnchen Königreich gegen das Wespe Königreich. Und wir sind natürlich auf der Seite der Eichhörnchen, weil die Wespen einfach Notensöhne sind. Ähm, ist das ein Minigame oder so? Da kann man irgendeine Zieleübungen machen. Hm. Ah, Ziele. Warten wir schnell. Hm. Ah, ja. Das müssen wir auch zusammen machen, oder? Das sieht irgendwie fast so danach aus. Warte, tun wir mal das Büppchen hier runterholen. Wo ist das? Ah. Ah. Komm schon. Yes. Das hat irgendwie gerade ein wenig Auto-Aim, hat es glaube ich noch. Ja, ja. Ich glaube, sonst wäre es auch sehr schwer. Ah, für so erfahrene Shooter-Spezialisten wie mir ist das doch keine Sache. Aber das wäre es glaube ich schon zu sehen, oder? Ja, das war nicht gerade sehr spektakulär. Ja gut. Gehen wir mal den Weg weiter. Ich werde mal eine Wespe verschiessen. Was? Ah, warte ich muss das... Ah, da musst du drehen. Ah, warte ich muss da durch, oder was? Mhm. Ja, warte. Ah, du kannst ja auch. Ja, voll. Ich bin dumm. Ein bisschen zu weit überlegt. Ah, warte jetzt. Du musst jetzt glaube ich ein bisschen... Ah, du hast ja auch. Oder? Ah nein, das war glaube ich jetzt ein Mumpitz. Ah nein, das war glaube ich jetzt ein Mumpitz. Warte, aber da kann man gar nichts mehr. Nein, das ist ja nicht so. Hm. Was ist mit den Pilzen da? Auf den Pilzen hätte man doch als Trampolin benutzen können. Ah, warte. Ah, aber irgendwie... Ah, das ist doch zu weit. Ja. Hä, was müssen wir machen? Das ist eigentlich an diesem Funkgerät. Was ist das Dingens da? Hm. Oh, bist du runtergegangen? Ja, ich bin runtergegangen. Ähh. Gehen wir nochmal zurück, oder was? Da starbe etwas. Digga, ich bin gerade überfragt. Ah, was? Was? Du hast nicht etwas gefunden, oder was? Nein, ich bin... Ähm... Ja, ich bin... Mit den... Mit den... Mit den Pilzen... Da... Ah, mit den Pilzen? Ja, aber irgendwie... Da ist ja auch nichts. Nichts. Es ist nicht... Äh... Ja gut, das Ding... Wir haben ja das schon in die Luft gejagt. Irgendwann muss doch da etwas geben. Warte, muss ich echt... Ah! Dumm! Warte! Ja, dumm! Dumm natürlich! Ah, und jetzt müssen wir da ein wenig... Warte! Hoppa! Boah! Genau, und jetzt... Komm schon! So! Und jetzt da! Komm! Digga! Schön! Aber ist es bis jetzt auch mehr oder weniger das erste Rätsel gewesen, wo wir bis jetzt ein wenig... Ähm... Länger gehabt, gell? Ja, aber... Irgendwie eben... Es ist eigentlich klar gewesen. Aber ja, da haben wir ein wenig zu weit studiert gehabt. Ja, voll... Und ich nehme mal an, dass da... Muss irgendwie kaputt gemacht werden. Genau. Weiter geht's... Hupsa! Boom! Wo sind wir denn da? Wahrscheinlich muss der... Hm... Das Dingens da... Ah ja, doch... Ja... Ja... Genau! Easy! Okay, ein wenig Abstand! So... Und weiter geht's! Jetzt muss man da schauen, was man machen muss. Äh... Ich glaube, du musst es nochmal beschweren sogar. Ah... Ah, okay! Dass wir eins suchen müssen. Ja, damit wir da aufs Dach kommen. Genau, und jetzt fackle ich das nochmal ab. Ah, schön! Und dann sehen wir nochmal eins weiter. Mhm... Läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Naja... Geschmeidig. Geschmeidig! Mal schauen, ob wir wieder zu einem Boot kommen. Ja, bis jetzt haben wir noch kein einziges Wespe gesehen. Hm... Was ist das da? Was hat sie gesagt? Anscheinend. Ich habe es jetzt nicht gebrannt. Ja, ich habe es jetzt irgendwie auch nicht richtig verstanden. Und ich bin es dumm gewesen, ohne den Untertitel zu lesen. Ähm... Musst du da... Hm... Warte mal... Warte mal... Ja... Warte mal... Aber was ist das? Da ist doch irgendwie so ein Zeichen, oder nicht? Ah, können wir jetzt da schwingen? Schwingen... Ja, du musst... Ich glaube, du musst dich jetzt hinschwingen. Wie kann ich schwingen? Ja, du musst dich rüberjumpen und dann... Erreise, genau! Ah, ja! Genau, nein! Du musst dich jetzt hier hinschwingen und ich muss das versuchen zu drehen. Damit du dann den Waldjump täten kannst. Also, dass es dich auf die andere Seite dreht. Aber... Ah, okay! Ich bin jetzt einfach dran... Ja, häng dich mal hin. Komm schon! Ah, nice! Jetzt da, yes! Ah, nice, nice! Gut, und... Ah, jetzt? Ah, irgendetwas, oder was? Oder was muss er? Ich glaube, du musst... Nein, du musst einfach drauf sein. Ah, ja, jetzt kannst du auch drauf kommen. Nein, ich glaube, jetzt können wir einfach weiter gehen. Ah, da... Ah, okay. Ich glaube, es ist ja in diese... Ähm... Eichhörnchen fallen da rein gegangen. Was zum... Das Laboratorium, oder was? Mit der... Mit der... Mit der... Ähm... Das ist ein Eichler, glaube ich. Ah, eigentlich... Hm... Mach mal irgendjemand... Gibt es da hinten was? Ich bin so neugierig. Ich glaube, da können wir einfach nur ein bisschen einen näheren Blick erhorschen. Wie kann das sein? Die haben einfach irgendwie so ein... Irgendjemand... 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 Was macht die echt damit? Hm... Warte mal... Das da interessiert mich da irgendwie... Tu mal... Das da beschweren... Okay... Okay... Ich hätte so... Auf das drauf sollen stehen... Ah... Ja... Okay... Gut... Alles klar... Okay... Das wird jetzt... Ah... Eher... Nein... Ah... Du musst das Zeug nicht beschweren... Du musst das andere Ding beschweren... Warte... 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 Genau... Yes... Ja... Genau... Oh... Oh... Shit... Das andere ist auch am drehen... Warte... Du musst das andere schnell drehen... Warte... Warte... Noch ein bisschen mehr... Er kommt... Nein... Hm... Du musst... Du musst den anderen beschweren... Warte... Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen... Ja... Warte... Ähm... Ja... Perfekt... So... Ja... Perfekt... Mhm... Und jetzt... Yes... Okay... Warte jetzt... Genau... Ah... Ich habe keine Muni mehr... Oder was... Ernst... Ernst... Hat... Funktioniert glaube ich auch so... Hoppa... Ah... Nice... Okay... Jetzt ist die Frage... Oh... Sorry... Es war fast zu schnell... Gut... Ja... Das... Wäre gar nicht mal so... Wir haben das Laboratorium... Er schon mal wieder durch... Ja... Es war gar nicht mal so schwer... Bis jetzt... Jetzt ist die Frage... Da hinten haben wir irgendetwas... Da hinten haben wir irgendetwas... Was ist das? Irgendwie... Ein reinzog... Hm... Aber mit... Was im kratzen? Ah... So... Sorry... Hey... Damn... Was macht es auch da? Aaaaaaaaaah! Uh... Ah... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Oh nein... Sorry... Was macht das Nussli? Ich kann dich nicht... Alter! Ah, nein! Ich kann runterrollen! Wenn ich jetzt den Totenkopf habe, haben wir noch nicht gedrückt. Ah! Ich quäle dich einfach. Aber er war brutal. Ja, alles klar. Hahaha! Dir würde es gleich aussehen, wenn du jetzt rein gehst. Ja, willst du mich jetzt auch noch foltern? Ja, das wäre natürlich auch besser. Nüsse, Bad und Sauna. Sollte Sauna, Nusssauna sein? Ja, alles klar. Wir haben ihre Folterkammer erfolgreich entdeckt. Was ist das? Hm? Was steht da? Irgendetwas mit Nuss? Ja, irgendetwas mit Dorsal. Also... Oh, right! I can't zap that! Äh... Warte mal schnell, was ist, wenn ich jetzt... Ah! Ah, was? Alles klar, du musst jeden einzelnen jetzt mal voll taggen und ich muss dann... einen nach dem anderen, glaube ich, aufmachen. Und das ganz schnell. Genau. Ja, genau. Es muss sogar verbindend sein, dass es einfach einmal in die Luft geht, so wie eine Frau vor der Kette. Ah, wirklich? Durchs Ganze abdichten, sozusagen. Ja, ich nehme mal an. Mach's jetzt? So, ich glaube, das sollte langen. Ah, nice! Ja, Something big. Whatever it was, it's gone now. Aber die haben da etwas eingesperrt gehabt. Und es ist ausgebrochen. Etwas big? Hm. Ah, okay. Alles klar. Oh, shit! Ah, nein! Ich glaube, ich muss gar nicht die Luft sprengen, glaube ich. Aha! Da ist also meine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Teichhörnchen haben das geklaut. Ja, das ist jetzt noch aufgesprengt. Und... Oh, oh! Ah, die ersten, die ausspiesst. Ah, die erste, die ausspiesst. Oh! Oh! Du musst sie anschleimen und ich kann sie dann knockouten. Da können sie scheissviechern. Da können sie scheissviechern. Mhm. Mhm. Was haben wir da? Ich hätte raus, dass wir Druckjumpen müssten, aber nachher... Ah, okay. Ah, okay. Okay. Okay, dann musst du zuerst den Urnenglaub vollschleimen. Okay. Easy, jetzt gehst du mal drauf. Aber du, zuerst noch den anderen. Ah, der hat noch genug Schleim drin. Alles klar. Dann eins, zwei, drei. Ok, doki. Wo muss ich jetzt hinspringen? Der Filter, oder? Ich glaube, da hat es einen Haken, wo du dich dann heben kannst. Ah, okay. Warte, vielleicht muss ich den noch runterziehen, oder? Nein, ich glaube... Ich glaube, es wird... Du wirst genug Höhe. Spreng mich runter. Ich spreng dich, ja. Jetzt ist die Frage, jetzt musst du... Ah. Ah, ja. Und... Wie kriegt ihr denn jetzt von da aus? Ja, das ist jetzt eben die Frage. Was muss ich machen, dass du jetzt irgendwie wieder... Dass wir wieder zusammen sind, ja? Ja, ich kann... Ich kann von da aus keinen Schuss landen. Ah, oder muss ich vielleicht zuerst irgendwie auf den anderen... Ah, nein. Das geht auch nicht. Nein. Hm, warte. Hm, geht das echt auch? Ähm, genau. Du musst vielleicht eine Spur legen. Also, die Zündschnur wieder legen. Damit ich von da schüsse... Ja, da. Bleibt es ja kleben, glaube ich. Ah, ja. Sag nicht, warte. Ich muss dich wieder irgendwie zu dir kommen. Probier mal jetzt. Okay. Ja. Ah, ja, schau. Nice. Nice. Jetzt müssen wir da oben noch gelaufen, oder nicht? Oder was muss man da machen? Ähm, warte mal schnell. Ah, ja. Lauf, 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 lauf. Easy. Und da gibt es einfach Walljumps. Ah, da Walljumps. Ups. Scheisse. Ich bin auch gerade losge- Dings, Leute. Upsa. Upsa. Schön. Nein, Digger! Was ist das? Tauzin. Ah, machen wir doch, oder? Ja. Da wird der Mundart Games mich wieder komplett auseinanderreissen. Sirezin. Ähm, man muss einfach schnell Y drücken. Sonst schreibst du drei Ecke. Das wird ja deine... Deine Leibspies. Ah, nein! Strong woman. Ich werde das gar nicht probieren. Warte, ich gebe dir einmal ein bisschen Vorsprung. Easy. E-Z-Y. I'm sending you home packing, Cody! E-Z-Y. I'm sending you home packing, Cody! C- 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 Ich bin immer noch der schnellste Buttonsmacher im Westen. Oh, Fussball! Können wir damit etwas machen? Das ist der Einzige, was das machen kann. Genau. Jawohl. Gut, wo sind die... Wann hat es hier in einem Baum ein Wasserfell? Ja, im Baum. Es muss ein sehr grosser Baum sein. Ich frage mich, was da noch für ein Viech kommt. Dann haben sie wieder so ein Eichel im Reagenzglas. Oh! Geht das einfach ohne mich los? Ja, irgendwie habe ich gerade... Nein, was mache ich? Nein! Ich habe mich genau falsch entschieden. Du musst etwas entscheiden, oder was? Ja, ich bin hier in der Wand. Ja, ich bin genau hier. Nein, scheisse. Jetzt habe ich irgendwie auf dein Bildschirm geschaut. So. 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 Waukel! Du musst ja noch etwaswechseln... Shit! Was?! Die transportieren die Walten. Alles klar! Upsi! Nein, ich warte am Ziel auf dich. Alles klar, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich... Es ist der Diktus auf den Fersen. Und jetzt auf die anderen Seite. Und weiter auf die Tracks. Ich glaube, da sind wir am Ziel. Nice, aber das war auch mal eine nette Abwechslung. Dann sprengen wir mal noch der Shit in die Luft. Oh! Das schmeckt doch irgendwie nach Postkampf. Ja, sag nicht, das ist ein leeres Feld. Das sieht schon aus, als ob das irgendetwas braucht. Ah, das ist der Eingang zum Wespenkönigreich. Ah, wirklich? Okay. Ja, ich wette, wenn wir jetzt... Wahrscheinlich... Ah, wir müssen da irgendwie eine Kombi eingeben. Du musst das Ding auch wieder beschweren auf einer Seite. Ah, warte. Hm. Nein, jetzt... Du mal den beschweren, genau. Die können ja dann mal wieder weg. Ah, jetzt? Ich muss ihn irgendwo mal anhalten. Äh, was? Wo war's? Nein, scheisse. Boom. Nein. Ah nein, die Scheisse... Das Scheisseteil geht wieder retour. Du! Hm. Du musst ihn noch mal... Du musst ihn noch mal da beschweren. Ah, okay. Genau, wir müssen hier... Es muss hier, glaube ich, dreimal rundherum kommen. Ah, okay. Dass es hier ein wenig weniger Gewicht hat. Jetzt beschwert der hier oben. Jetzt kann ich den hier ja, glaube ich, wieder... Genau. Ja. Jetzt kommt wieder etwas. Ja. Oh, da ist irgendwie ein Legionär, Mann. Oh, da ist ein Herz. Das ist ein Herz jetzt. Ah! Ah! Der Wichser! Nein, wie weiche ich aus? Wie weiche ich aus? Wie weiche ich aus? Wie weiche ich aus, Mann? Ah! Da, komm auf mich! Ah! Ah! Jetzt in Ruki ist er wieder voll. Ah! Ja, dreht sich immer zu schnell um. Ah! Ah! Ah, schön, schön! Ah! 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 Schön! Oh! 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 Ah! 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 Er ist recht witzig, Mann! Jetzt da ein Wäsch! Ja, wie jedes Wäschbe ist schön, schön! Ah, nein, jetzt geht's auf. Ah, nein, jetzt geht's auf. Ich würde mal meinen, jetzt sind wir den ersten Wäschbeis begegnet. Jetzt sind wir hier schon im Eingang zum Wespenkönigreich angekommen. Würde man meinen, ja, und da so ein Vor-Boss, so ein kleiner Vor-Boss. Ja, so ein Legionär-Wespen hier, ganz schön angekommen. Ja gut, wie es im Königreich der Wespen weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Denn da machen wir nochmal einen Cut. Danke fürs Zuschauen und bis bald! Ja gut, wie es im Königreich der Wespen gibt.